1899 Hoffenheim steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung des deutschen Torjägers Marc Uth vom niederländischen Erstligisten SC Heerenveen. Dies berichtet der Kicker. Als Ablösesumme für den 23-Jährigen stehen zwei Millionen Euro im Raum. Der Ex-Kölner hat sich mit den Kraichgauern offenbar schon über einen Wechsel verständigt. Noch müssen allerdings die Klubs eine Einigung erzielen. Der Vertrag von Uth bei Heerenveen läuft noch bis 2016. In der abgelaufenen Saison in der niederländischen Ehredivisi erzielte der Angreifer 20 Tore. Untertitelung des ZDF für funk, 2017